Hört ihr das? Hört ihr das? Hört mal genau hin. Ah, ich höre auch nichts. Das heißt, mein Lüfter ist wieder in Ordnung, neues Netzteil ist eingebaut, läuft. Schön ruhig wieder. So, apropos. Naja, gut, nicht apropos, aber hey. Ich habe mir eine Zielscheibe gebaut, die ungefähr der Größe des Viechs entspricht. Dungeon Master, wie ich gelernt habe. Und man kann ihn abschießen. Ja, das mit dem Pfeil und Bogen. Bin ich mal gespannt. Dann habe ich mich ein bisschen ausgerüstet. Ich hoffe, das reicht. Nein, wird sich zeigen. So, gar nicht lang schnacken, gleich in den Keller und los geht's. So. Ich habe hier übrigens mal fertig gebaut. Von der Helligkeit her ist das völlig in Ordnung. Moment, apropos Helligkeit. So. Jetzt waren wir doch gerade ein bisschen sehr hell hier. Und ein bisschen erkältet bin ich. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr. War sowieso irgendwie jetzt die Woche über ein bisschen krank. Folge kommt natürlich, wie ist es anders zu erwarten, am Dienstag. Also heute, beziehungsweise morgen, am Mittwoch, wenn es wieder 100 Jahre lang zum Rändern braucht. Das wird sich aber zeigen. Hier habe ich gesucht und bin auch fündig geworden und bin auch angegriffen worden und bin auch gestorben, wie sich das gehört. Und wir gehen mal den Dungeon Master finden. So ungefähr, wo es war, weiß ich noch. Hier unten, glaube ich, ne? Soviel dann dazu, ich weiß es noch. Wo ging es denn hier nochmal runter? Hier ging es runter, ne? Nein. Das war übrigens eins von den anderen Löchern. Also ich weiß, es ist dieser längere Gang mit den Fackeln drin. Muss ich halt nur mal einmal kurz orientieren. Sobald ich den gefunden habe, weiß ich, wo wir lang müssen. Und dann schauen wir doch mal, ob der dann nicht irgendwie zu besiegen wäre. Wo bin ich denn da nochmal längs gelaufen? Seht ihr, da habe ich mich gut vorbereitet, ne? Also hier war der Hauptweg. Ah, hier oben längs, ne? Hier links? Nein. Das ist doch viel zu weit weg schon. Also ich weiß, wo wir hin müssen. Kann sich nur noch um Stunden handeln. War das hier? Hier war das, ne? Ne. Och Mensch, das ist doch scheiße. Na, da habe ich dann schon mal so gefunden, wie ich es haben will. Und dann sowas. Ja, da geht es natürlich wieder rauf. Bin doch ein Idiot. Ich habe mir das letztes Mal auch noch markieren wollen. So, da geht es auch nicht längs. Hm. Hier war ich doch auch schon mal in der Sackgasse, ne? Dann habe ich mit den Audio-Einstellungen ein bisschen rumgespielt. Das heißt, wenn ich ein bisschen lauter werden sollte, sollte das nicht allzu sehr übersteuern. Entschuldigung. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Man hochregeln kann man ja immer, aber runterpegeln ist halt immer doch ein bisschen irgendwie... Oder abschneiden dann so ein bisschen scheiße. Das klingt immer so ein bisschen abgehackt dann. Och Mensch. Wo war das denn noch? Da geht es auch nur runter. Ihr wisst wahrscheinlich längst, wo es längst geht, ihr beiden, oder? Scheiße, wo war das? War das hier? War das hier? Hm. Ja, hier ist zwar auch schön, aber ich glaube, hier war das auch nicht. Ja. Ich weiß mal wieder nicht, wo es längst geht. Wobei, so grob weiß ich es halt doch, aber nur so halb, und hier war es jedenfalls nicht. Das kommen wir schon mal fest, halt. Gott, ich hoffe, das ist nicht zu leise nachher hier. Der Pegel, der ist dann doch schon sehr gering. Das Rauschen ist leider relativ hoch. Ich hoffe, das ist nachher doch in Ordnung mit der Qualität. Oh, das muss doch hier zu finden sein, blöder Scheiß, nochmal. Hm. Au. Ja. Bis jetzt, habe ich hier gleich den ganzen Scheiß verballert und habe nichts gefunden. Ähm. Laufen wir einfach mal in Wuscheln hin und her. Ah, hier. Hier geht's doch längs. So. Äh. Hm. Äh. Nein. Oder doch? Doch. gefunden. Boing, 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 boing. So. Nun wollen wir doch mal schauen. Wer hat der Herr Dungeon Master? Ne, hier war er noch harmlos. Dan, dadan. Gut. Ich versuch's gar nicht erst. Okay. Hoffentlich ist er überhaupt noch da, der Schweinepriester. Hoffentlich komme ich überhaupt noch hin zu ihm. Ich meine, hat er hier letztes Mal alles irgendwie zerschossen. Ah. So. Hä? Nein, hier war es noch nicht, ne? Nein. Da unten müsste er irgendwo sein. Ah ja, hier hat er sein Loch geschossen. Ich muss dazu geben, so ein bisschen Schiss habe ich schon. Kurz mal ein Schläglichchen trinken. Ja. Sehr gut hier. Ja. Ah. Jetzt ist er wahrscheinlich gar nicht mehr da. Miese. Damit sie das Sterben auch lohnt. Läuft aber gut. Ich glaube, nach oben ist gar nicht so eine schlechte Taktik, ne? Das ist doch bloß der Hund ist jetzt weg. Was war ich denn da? Irgendwas läuft hier rum. Das können aber auch die Ratten sein. Da unten, da war er ja letztes Mal, ne? Das hört ihr, ne? Der hat's ganz schön eilig, ne? Ist er aber nicht. Das ist er nicht. Kommt von da irgendwo. Ich grab mich da mal von hinten einmal hin. So. Man, solange der mich ja nicht sehen kann, tut der mir ja nix. Na? Hier mal lieber das Wasser und da zu. Ach, hält. So. Gut, das hat's jetzt nicht gebracht. So. Da sollte es jetzt abfließen. Ah, ich vermute fast, der ist weg. Ich meine, ich war seitdem nicht mehr hier unten. Es kann natürlich sein, dass der einfach despawned ist. Oder dass er da hinten irgendwo auf mich lauert. Irgendwas oder irgendwer läuft hier rum. Der hat hier oben gerade reingeschossen. Nein, müde. So laufen Ratten aber nicht. So laufen Ratten aber nicht. Nicht mehr. Da hinten. Ne, das ist was anderes. Hier unten. Da könnte er sein noch, ne? Mutig. Miese. Gold. Aber kein Dungeon Master. Ne. Ja, schön. Äh, hole ich mir mal ein bisschen Mese. Der hätte ja auch klappen können. Na, klappt das? Klappt das? Ja. Der läuft aber schon hin und her hier. Könnte aber natürlich auch was anderes sein. Der hinten unten in diesem... Ding ist der nicht drin. Nee. Wo steckt der, der Höcherschreier? Ist auch still? Hm. Naja gut, ich hole mir erst mal das Eisen. Kann man immer gut gebrauchen. So. Würde ich sagen, gehen wir hier mal runter. Ja gut, ähm... Machen wir doch nie mal zu. Gab da auch noch diese anderen Pfeile, mit denen man Licht schießen konnte? Hm. Natürlich kein Holz dabei jetzt, ne? Super. Kann man jetzt auch nicht irgendwann noch Holz holen. Na gut, dann machen wir das so. Wenn der da jetzt ist, ich bohrte mich weg. Ja, das ist eine Pferdenwaffe, die ich bei mir habe. Aber ich würde mal sagen, der ist hier nicht. Ne. Okay. Ja. Also hier ist er nicht. Das kann man schon mal festhalten. Na gut, äh, hm. Tja. Licht. Würde ich mal sagen. Gehen wir die mal runter. Gott, das ist aber auch immer Löcher hier. Nee, das ist Sand. Au. Gott, was ist das für ein Krater hier? Der könnte natürlich auch da reingefallen sein. Das will ich auch nicht ausschließen. Gucken wir gleich mal. Mese. Bin ich tief genug für... Hm. So. Gehen wir zu. Ja, das fließt ja sehr gut ab, so wie ich mir das gedacht habe. Komm, ey. Da ist doch wahrscheinlich auch dann wieder Sackgasse da unten. Ja. Ja. Joa. Oh. Äh. Doch. Auch wieder so, so wie sie aus, ausgehobene Kammer hier. Gut, also. Tja. Wiss ich auch nicht, was man nun machen. Dann war ja heute große Monsterjagd, aber anscheinend haben die Monster jetzt eine andere Meinung. Nicht, dass mich das jetzt so nahe stören würde. Oh. So. Aber gut. Guck, das Giftwasser hier. Ja, das war wahrscheinlich nur eine Ratte. Oder? Oder? Doch noch ein bisschen was zu tun hier. Ja. Oh Gott, aber hier zumachen. Das ist, glaube ich, einfacher. Okay. So. Das Silber. Das Zeug hier. Ja. Gut, also, ähm, ich sag mal so. Ähm, fail? Doch keine Monsterjagen heute. Mann, das ist noch nicht so schlimm. Also, dann auch keine Probleme mit, das mal nicht zu machen. Dann, ähm, ähm. Ja, hier war, hier war mein Loch. Ähm, noch. Na ja, gut, dann... Ähm, na ja, gut, dann... Dann gehen wir halt wieder, ne? So. Oha. Okay. Bei der Gelegenheit, vielleicht mal den... ...Bestand eben wieder einmal auffüllen. Ja. Und ab in den Gläserhalter, damit ich weiß nicht, also Rüstungsgegenstände, Schild und der letzte ist für was? Ja, ne, wird sich zeigen. So, jetzt mal eben wegräumen, die Säbermünchen kann man auch gleich wegräumen. Da brennt die Kohle vor sich hin. Gut, hier auch nochmal schnell einsortieren. So. Ja, gut, den Rest behalte ich jetzt erstmal bei mir. Guck mal, eben nochmal nach dem anderen schauen hier. Da war nämlich ein Urki oder Oerki oder wie auch immer man den aussprechen soll. Der hatte mich da auch angefallen da unten. Dann wollen wir doch mal schauen, ob der auch noch weg ist oder da ist oder wie auch immer ist. So, hier stößt man sich nicht in den Kopf, wenn man runtergeht. Ich meine, dann haben nämlich Schild und Bogen noch einen Sinn, das wäre ja auch was. Da hinten war der, glaube ich. Oder hier? Seht ihr mal, so lange ist das jetzt her, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich glaube, hier war das. Tada. Tada, tada, tada. Joa, hm. Und hier? Nein, hier auch nicht. Wo war der denn noch? Hallo, Ratte. Hier war ja nichts weiter. Ich weiß das wohl auch nicht mehr. War das hier? Kann doch hier gewesen sein. Alles voller Ratten hier. Da? Hier. Aber auch nichts mehr. Hm. Hm. Ja gut. Hm. Schade. Oder auch nicht. Je nachdem, wie man sehen will. Ich glaube, hier war das an der Stelle, ist der, glaube ich, runtergekommen. Und dann hat er mich dann hier gefangen und... Ja, getötet. Ne, nicht getötet, weggeportet habe ich mich. War noch rechtzeitig. Ja gut, also, ähm... Wollten wir keine Monster jagen? Dann gehen wir wieder nach Hause. Moment. Hier war ich ja noch nicht. Vielleicht kriegen wir doch noch ein paar Monster. Oh, 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 oh. Hä? Na, na, na. Ich habe nichts gesagt. Monster sind schön. Ja gut, hier ist der Kasse. Da können wir schon mal festhalten. Machen wir doch gleich mal das Zeug mit. So. Hey, jetzt. So. Na, na? Ich glaube, das wird nichts. Also. Wenn mir da jetzt plötzlich einer entgegenkommt. So schnell kann ich gar nicht reagieren. Ist auch wieder Sackgasse, ne? Ja. Gut. Ähm. Schön. Sammeln wir das Zeug doch mal ein. Wofür. Ja, super. Wofür auch immer. Ähm. Sammeln wir das Zeug mal nicht ein. Merken wir uns das einfach mal. Dann geht's wieder nach Hause. Haben wir den jetzt auf der Uhr? 22 Minuten? Ja. Hm. Hm. Das war eine. Ähm. Sehr erfolgreiche. Bullshit. Hm. Sehr erfolgreiche Folge. Äh. Okay. Die warte ich nochmal eben schnell ab. Und dann wird ein bisschen gebrannt. Und dann ist nämlich wieder genug Kohle da für neue Diamanten. So. Komm mal her. Komm mal her. So. So. Vielleicht kriegen wir ja wirklich einmal noch komplett hin. Zack. 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 Und dann hat sich nämlich die Folge dann auch schon wieder erledigt. Leider, äh, wenig erfolgreich. Haben wir extra Sachen gecraftet und, äh, wollt dann doch mal den, äh, Monster auf den Kopf hauen. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht weiter tragisch. Das finde ich jetzt auch nicht so ganz schlimm, dass das jetzt nicht geklappt hat. Ähm. Ja, weil, ähm, ist da Bescheid. Das reicht natürlich wieder vorn und hinten nicht. Zack. Ja, das war's. Nehmen wir hier noch welche von den Dingern da. Ja, ein. Vier. Ja, schön. Das reicht natürlich nicht. Das reicht hier auch nicht. Aber hier noch ein bisschen Kohle. Alter, dann kann ich mir nämlich schön wieder ein neues Werkzeug machen. Dann geht's demnächst jetzt mal dann ganz normal weiter. Vielleicht suche ich mir wirklich mal ein Thema. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Gut. Neun und... Neun und... Oh, 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 das geht, das geht. So. 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 Haha, zack. Ja, man sieht, ich habe die Rezepte ein bisschen angepasst. Und schon haben wir nämlich hier ausreichend, äh, hohe Diamanten zum Brennen. Ab ins Feuer damit. Und, äh, ein ganz, ganz kleines bisschen schneller Brennen tun sie jetzt auch. Äh, Infos wie immer in der, äh, Beschreibungskiste da unten in der Beschreibungskiste da unten in der Beschreibungskiste. Description Box. Wortwörtlich übersetzt Beschreibungskiste. Gut. Also, das war's. Äh, da sagt das Gesundheitsamt aber, geschlossen. Komm weg. Ein Papierkorb mit dir. Ja, also, wir sehen uns nächste Woche. Und, äh, irgendwann sage ich es dann doch einfach. Ah, naja. Tschö. Okay.